Hallo und herzlich willkommen zum 100 Abonnenten Special synchronisiert auf Deutsch. Wir haben damals, als wir 100 Abonnenten erreicht haben, probiert einen Film zu machen, wie man sich als Passagier fühlen könnte, von unserem selbst gebauten Seetaler Rabe 521 von Stadler. Der rot-weiße Zug, der durch unsere Stadt fährt, und zwar aus der Sicht eines Passagiers, der unsere Stadt, respektive unser damaliges Chaos, aus dem Fenster betrachtet. Gegen die Aussenseite gefilmt, in die Innenseite der Stadt geschaut. Wie ihr in unserer Stadt, die ihr eventuell schon länger verfolgt sehen könnt, war die damalige Stadt etwas kleiner, und wir haben beim Filmen noch nicht so viele Gedanken darum gemacht, was um die Stadt herum ist, und deshalb auch das ganze Chaos mitgefilmt. Auch war vieles angefangen und nicht beendet. Jetzt noch ein paar externe Szenen, damit ihr den Zug besser verfolgen könnt. Zu diesem Zug. Dieser fährt da, wo wir wohnen, immer alle 30 Minuten durch, und deshalb haben Aaron und ich gedacht, komm, den Bauern wir aus Lego. Dieser Zug ist auch zu 100% aus Lego, nur die Kleber sind als Lizenzgründer der SBB von Bluebricks Deutschland, da wir diese so auch filmen dürfen. Nachträglich natürlich nochmals, vielen Dank für 100 Abonnenten. Ohne euch gäbe es den Knall heute nicht mehr, oder nicht in der Form. Ihr seid alle super. Bleibt dran, und ihr werdet noch mehr synchronisierte Abonnenten-Specials zu sehen bekommen. Also danke vielmal, dass ihr uns schaut und unterstützt. Wir hoffen, euch gefällt dies, dass ihr das mit meiner Stimme unterlegt schauen könnt. Auch, dass ihr die Stadt von damals noch einmal zu sehen bekommt. Und wie gesagt, wir danken euch viel, vielmal, damit wir damals 100 Abonnenten erreicht haben. Danke, und bis nächstes Mal.